Hallo zusammen und willkommen bei einem neuen Video auf Everything About Windows. Heute gibt es ein bisschen ungewöhntes Videoformat und diesmal nehme ich halt nicht von meinem Laptop, sondern von meinem Samsung Galaxy S7 Edge auf und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn heute möchte ich euch eine neue Funktion zeigen oder näher bringen, die es mit dem Fall Creators Update geben wird, das halt am 17. Oktober erscheinen wird und diese Funktion hat halt was damit zu tun, dass man hier von seinem Handy halt aus Aufgaben, die man halt in Chrome bzw. Seiten, die man in Chrome aufruft, direkt auf seinem PC, sagen wir mal, öffnen kann. Das heißt, ich schaue mir eine Seite an, hier auf meinem Mobilgerät, auf Chrome oder das geht halt auch auf diesen Samsung Browser, das geht halt auch für YouTube Videos in der YouTube App hier, werde ich euch halt gleich zeigen. Da kann man halt einfach direkt eine Seite, die man aufgerufen hat, in Microsoft Edge auf dem Laptop öffnen. Und das funktioniert ganz einfach und folgendermaßen, ich werde es euch jetzt zeigen. Ich zeige euch jetzt mal den Bildschirm meines Laptops und zwar, wenn wir in den Windows Einstellungen gehen, dann werden wir nun hier eine neue Kategorie finden, die heißt Handy und da steht Android iPhone verknüpfen, dort klickt man halt drauf bei der Ersteinrichtung und dann öffnet sich hier Ihr Handy, Handys verwalten. Da steht ja schon meins, Samsung SMG 935F, da ist das Steam Edge. Dann klickt man auf Handy hinzufügen, gibt seine Telefonnummer ein, man bekommt eine SMS mit einem Bestätigungscode, den man hier eingibt, dann ist das Handy registriert und man kriegt direkt auch den Link zur Microsoft App. Und die Microsoft App werde ich euch jetzt zeigen, also die findet man halt im Play Store ganz einfach. Man gibt dann ein Microsoft Apps heißt die und normalerweise ist das eine App, die euch halt Vorschläge gibt, also was es halt für Microsoft Apps bei Android gibt und hier seht ihr halt ein paar Beispiele dafür, für das SwiftKey Keyboard zum Beispiel und so und nun seht ihr hier eine Option, die heißt hier for Windows Insiders und da steht auch genau, was diese Funktion halt macht. Start on your phone, continue on your PC. Und ja, das muss man dann halt aktivieren, einrichten, ist halt ganz einfach. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das in der Praxis aussieht, beziehungsweise funktioniert. Wir öffnen dazu einfach mal Google Chrome und gehen mal auf der Website von Audi Deutschland. Ja, bin jetzt fertig geladen, genau. Jetzt lädt die Seite und sobald ihr hier halt eine Seite aufgerufen habt, müsst ihr einfach ganz normal das 3-Punkte-Menü hier aufrufen und ihr gedrückt auf Teilen. Nun, da sehen wir bei mir schon dieses kleine Symbol neben Teilen hier. Ich weiß nicht, ob man das erkennt hier. Und eigentlich kann man jetzt direkt drauf tippen. Ihr müsst dann halt einfach auf Teilen gehen und dann auf die Symbol klicken, nur weil ich diese Anwendung oder beziehungsweise seit über diese App viel teile, ist die bei mir direkt vorgeschlagen. Ihr tippt einfach da drauf, drückt auf Continue Now, Finding Your Devices. Und jetzt öffne ich die Kamera, um euch das hier zu zeigen. Und jetzt müsste sich hier Microsoft Edge öffnen und die Audi Deutschland Webseite anzeigen. Das kann halt manchmal dauern, das ist halt noch in Beta, aber da sieht man es. Ja, perfekt. Dort öffnet sich jetzt unsere gewünschte Website, die wir halt nun da geschickt haben. Hier steht das halt noch auch mal in der Suchadresse, Audi Deutschland. Microsoft Edge ist echt wirklich langsam geworden in diesem Bild. Ich installiere gerade den letzten, ich bin hier auf 16.2.81, momentan installiere ich 16.2.88. So, auf jeden Fall sehen wir, dass das hier schon mal funktioniert. Ja, hier ist jetzt die Seite offen, hat jetzt geladen. Und das geht auch anders. Also es gibt eine Funktion, da können wir jetzt dann noch mal drauf tippen. Und Continue Now heißt ja jetzt direkt sofort halt diese Option aufrufen, also beziehungsweise direkt ein Edge öffnen. Und wenn man auf Continue Later drückt, bekommt man hier im Infocenter gleich, müssten wir hier eine Benachrichtigung bekommen mit dem Link, den wir halt hier zugeschickt haben. Also, das kann halt eventuell auch noch ein bisschen dauern, aber, nee, ist nur eine Mail. Nee, ist immer noch nichts gekommen. Ich schaue mal nochmal. Vielleicht muss man, manchmal muss man das doppelt machen, damit das wirklich ankommt. Da steht zwar jetzt Send to your PC. Mal schauen, ob sich etwas tut. Ah, das ist immer dieser dumme Vorführeffekt. Auf jeden Fall kann ich euch halt sagen, dass wenn ihr diese Option aufruft, dort einfach nur hier eine Option kommt, also ein Banner halt wie eine Notification mit einem Link von der Website, die ihr euch zugeschickt habt. Und wenn ihr halt drauf tippt, könnt ihr dann halt einfach die Seite direkt aufrufen. Mehr ist das nicht. Und das wäre eigentlich schon so die Grundfunktion der App oder diese Anwendung. Natürlich kann man das jetzt auch auf YouTube machen. Zum Beispiel gehe ich mir jetzt mal auf irgendein Video, das da oben kommt. Lass uns einfach mal das hier nehmen. Und dann wartet man natürlich, bis das halt geladen hat. Und dann drückt man einfach auf Teil. Dann geht man wieder einfach nur zur Option, die da ist. Hier Continue on PC. Und dann macht man auch nur Continue now. Und zack, ich kann euch gleichzeitig zeigen, hier ist der Link auch angekommen, den wir uns dazu geschickt haben. Und parallel öffnet sich nun auch hier die YouTube-Seite mit dem Video, das wir gerade angesteuert haben. Und zack, lädt das hier schon. Also das funktioniert manchmal wirklich reibungslos und schnell. Hier zum Beispiel hat das echt schon etwas länger gedauert, bis wir nun diesen Link erhalten haben. Manchmal geht das halt schneller, manchmal dauert es halt. Ist halt noch nicht wirklich ausgereift, diese Funktion. Ja, auf jeden Fall seht ihr, dass diese Funktion wirklich schon Potenzial hat. Nicht jeder dürfte diese Funktion nutzen oder nicht jeder könnte davon wirklich Gebrauch machen. Ich finde es halt vor allem nützlich, wenn man halt zum Beispiel irgendwo unterwegs ist und die Seite ist nicht wirklich fürs Mobilgerät halt geeignet. Dann kann man das halt sich später anschauen. Beziehungsweise man will kein Lesezeichen auf sein Handy machen, weil man es sowieso vergisst, dann später sich anzusehen. Dann schickt man es sich einfach auf den PC zu. Und wenn man den PC einschaltet, kriegt man halt die Notification und erinnert sich, ach ja stimmt, das wollte ich doch mal nachschauen. Nur der Nachteil bei der Sache ist einfach, dass das halt nur mit Microsoft Edge funktioniert und leider nicht mit Drittanbieter Anwendungen wie Google Chrome, Firefox und Opera zum Beispiel. Das funktioniert leider momentan nur mit Edge. Wahrscheinlich, weil Microsoft will, dass man halt diesen hauseigenen Browser auch nutzt und nicht irgendwie auf Google Chrome umsteigt. Ich denke, Microsoft wird das halt in Zukunft, ja sagen wir mal, verbessern und wahrscheinlich auch so eine Option hinzufügen. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur Windows Insider sein. Ihr braucht die Microsoft App, so sieht die nochmal aus. Microsoft Apps und dann öffnet ihr die, ihr registriert euer Handy da unter den Einstellungen. Und dann geht ihr auf Try It Now und dann Get Started und ihr kriegt einfach ein Tutorial, wie das läuft. Ja, das nächste Video auf meinem Kanal kommt auch ziemlich bald. Ich bin gerade dabei, die neue Insider Preview 16.1.88 zu installieren. Hier sieht man, wird installiert 25% und zwar hätte ich die eigentlich schon Freitag installiert gehabt, aber es gab so viele Fehlschläge, deswegen musste ich das nochmal neu starten. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich habe euch jetzt diese Funktion nahe gebracht. Für Feedback, Rückmeldungen, was man besser machen kann, bin ich ganz ohr. Könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben, ich würde mich über ein Abo freuen. Und teilt das Video doch einfach mit Leuten, bei denen ihr denkt, die müssten über diese Funktion Bescheid wissen. Ich sage mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.